Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Roblox Lara. Heute machen wir mal Tower of Hell und ja, auf jeden Fall ist es hier so ein Jump'n'Run und ja, auf jeden Fall gibt es hier so eine Zeit und wenn die Zeit rum ist, dann kommt ein neues Jump'n'Run und ja, auf jeden Fall, wenn man das hier geschafft hat, also das, äh, wenn man bis ans Ziel gekommen ist, gibt es da so eine Tür und wenn man da reingeht, dann kann man 2x machen, also dann ist die Zeit verschnellert und ja, und da rechts ist auf jeden Fall auch so eine Leiste und ja, sieht Mädchen, da ist auf jeden Fall gerade die weiteste bei Rot und ja, auf jeden Fall sind wir hier noch am Anfang und ja, auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Farben und ja, man stirbt auch direkt, wenn man bei diesem Laser da stirbt, dann ist man auf jeden Fall direkt tot und ja, und umso weiter man kommt, umso mehr Coins kriegt man und ja, da unten links steht auf jeden Fall, da hat man eine Coinsanzahl, nämlich habe ich 2318 und ja, wenn man auf dieses Zeichen da klickt, dann ist da auf jeden Fall so ein Shop und da kann man auf jeden Fall Sachen kaufen, also dieses hohes Tempo da, ähm, kann man auf jeden Fall bringen, ganz hoch dieses Unsichtbarkeit, da ist auf jeden Fall so ein Schild, dann kann man bei dem Laser, stirbt man dann nicht und dieses niedrige da, das ist auch so ein Ding, wo man dann, äh, wo man hochspringen kann dann gibt es noch Nebel und das Negativ da, dann wird auf jeden Fall die Farben alle geändert und dieses Plus da, auf jeden Fall kommt da noch eine Farbe dazu und ja, der Rest da kostet alles Robux, also Sprünge, da springt man die ganze Zahl, kostet 10 und diese Checkpoints, wenn man das kauft, dann, äh, wo man gestorben ist, dann sportt man da wieder und verdoppelte, das heißt dann, wenn du zum Beispiel da bist und da zwei Coins kriegst, kriegst du das Doppelte, also vier und ja, das ist auf jeden Fall der Shop und ja, auf jeden Fall spiele ich auch gerade an so einem Controller, damit es leichter für mich ist weil auf Tastatur kann ich nicht so gut spielen und ja, wie ihr seht, ist das Mädchen da gerade am Ziel ganz oben recht und ja, deswegen hat sie gerade 2x gemacht, das seht ihr ja da oben in der Mitte und ja, ich entschuldige mich auf jeden Fall für meine verstopfte Nase, ich bin leider etwas krank und ja, deswegen hört sich jetzt meine Nase so doof an, tut mir wirklich leid und ja, auf jeden Fall ist das Mädchen richtig weit, deswegen hat sie 2x gemacht und ja, deswegen ist die Zeit jetzt sehr, sehr schnell und ja, und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, nur noch eine Minute und ja, das ist auf jeden Fall auch schneller geworden wegen 2x okay, wir haben jetzt auch ein neues Jump'n'Run, weil die Zeit jetzt vorbei war und ja, auf jeden Fall sind jetzt so viele Platten da und ja, auf jeden Fall war es nämlich jetzt auch aus dem Urlaub raus da waren wir, das war es auf jeden Fall sehr schön, wir waren auf jeden Fall in Kroatien und ja, da gab es auf jeden Fall mehr aber leider war das jetzt nicht mit Sand, sondern mit so welchen Steinen aber das war auch sehr, sehr schön Kroatien war jetzt auf jeden Fall mein Lieblingsurlaubland, wo ich bisher war wir hatten auf jeden Fall ein sehr schönes Haus da hatten wir einen mega coolen Pool da war ich auch gefühlt jeden Tag drinne der war richtig cool und ja, auf jeden Fall hatten wir auch noch so, also ganz viele Zimmer das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Häuschen okay, wir haben jetzt auch diese Platten hier, die sind ein bisschen schwierig so, okay und ja, auf jeden Fall war das richtig cool wir hatten auf jeden Fall so eine süße Katze die kam jeden Tag zu uns wir haben sie dann gestreichelt ihr Essen gegeben und ja, wir haben ihn dann auch Charlie genannt weil das ein Junge ist oh nein und ja, der war auf jeden Fall richtig süß der war so getigert und ich mochte den richtig gerne ich hab immer mit dem gespielt und ja, auf jeden Fall vermisse ich den auch total wir haben mit den Besitzern Kontakt die uns das Haus gegeben haben und ja, deswegen kümmern sie sich jetzt um die Katze so, okay und ja, auf jeden Fall mag ich diese Katze total ich hab sie immer gestreichelt und ja, aber auf jeden Fall bin ich auch glücklich, dass ich wieder zu Hause bin und ja, auf jeden Fall mach ich jetzt noch das Jump'n'Run ein bisschen da gibt es ja komplett viele Farben ich würde das jetzt gerne mal schaffen so, okay jetzt springen wir auf dieses Teil drauf so, okay dann müssen wir auf diese Platte da und diese Laser dürfen wir nicht berühren so, da bin ich eben gestorben ach man, da sterbe ich immer dran und ja, auf jeden Fall seht ihr jetzt rechts dass ich ja so welche 11 Coins verdient habe und ja, so jetzt fahren die Platten hoch das sieht so aus, als wäre das an ihrem Kopf geklebt so, ganz oben bekommt man auch also wenn man am Ziel ist 100 Coins das ist auf jeden Fall auch sehr cool und ja, dann kann man auf jeden Fall auch Sachen sich kaufen und ja so, jetzt sind wir hier jetzt muss ich hier drüber springen da drunter durch dann da drauf jetzt auf dieses Ding hier so, jetzt müssen wir auf diese Teile hier das ist auf jeden Fall etwas schwierig so, so okay, jetzt haben wir das auch geschafft so, okay jetzt hat, ja, ja jemand hat auch gerade zwei X-Leiter gemacht doch, Manno egal, so okay, hier bin ich auf jeden Fall auch eben gestorben und ja, jetzt springen wir mal schnell okay, so jetzt sind wir hier okay jetzt gehen wir hier drauf oh nein oh mein Gott okay, jetzt sind wir hier oh nein okay, leider bin ich da jetzt gestorben und ja, ich würde sagen wir warten auf einen neuen Server weil es ist schon zwei X und das ist auf jeden Fall auch etwas schwierig und ja so, okay jetzt ist ein neuer Server und ja auf jeden Fall ist die erste Frage jetzt hier orange und da kommen auf jeden Fall so welche Teile da muss ich drauf gehen so und jetzt da drauf ach man, jetzt habe ich das nicht geschafft so, nochmal so, auf das Ding hier und dann auf das Ding da okay, so jetzt da drauf und jetzt werden wir schon zur nächsten Farbe hochgefahren mega, mega cool so da drauf oh, das ist easy so, einfach ganz schnell so ja, da so durchrennen und jetzt sind wir auch schon mal der nächsten Farbe so, okay wir sind auf jeden Fall jetzt schon sehr weit so könnt ihr da auch rechts sehen wir sind echt weit oh, jetzt sind wir schon mal grün sehr cool oh ja, das ist easy so oh mein Gott okay, so oh, wir sind schon sehr, sehr weit da sehen wir noch die Farbe und dann noch eine oh, okay das ist ja auch leicht oh, hoffentlich schaffen wir das so da drauf da drauf dann da drauf jetzt warten wir da mal eine kurze Runde so Teil ich hoffe, wir fallen jetzt nicht so hier sind auf jeden Fall auch zwei andere Mädchen oh, nein ach Manu ich war so weit aber wir haben 44 Korn gekriegt aber egal okay, wir versuchen es jetzt nochmals so wieder mal orange und ja, ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn ich da bin wo ich vorhin war und dann ja, ich würde jetzt noch mal Okay, hier bin ich vorhin gestorben und ja, jetzt springen wir auf das Teil hier und jetzt da drauf und ja, jetzt klemmen wir da drauf, so, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sterben, so, okay, uh, jetzt sind wir auch schon mal, nein, okay, leider bin ich gerade gestorben und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wo ich gestorben bin. Okay, Leute, leider bin ich jetzt schon, bin ich gestorben und ja, wir haben auf jeden Fall nicht mehr so viel Zeit, deswegen warten wir mal auf die neue Lobby. Okay, Leute, ich bin jetzt in einer anderen Map und ich wollte mich auf jeden Fall auch noch bedanken für 30k und so viele nette Kommentare bei dem Community Post und ja, ich mache jetzt mal Zeit, Rafa. Okay, Leute, ich bin jetzt in einer anderen Map und ich bin jetzt in einer anderen Map und ich bin jetzt in einer anderen Map. Okay, Leute, ich bin jetzt in einer anderen Map. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Und ja, tschüss.